Der Angeklagte wird zum Tode verurteilt. Hinter diesen Mauern verbarg sich eines der dunkelsten Geheimnisse der DDR. Im Namen des Volkes wurde hier getötet. Der Schrafrichter zog dann den Stöpsel und das Fallbeil sauste nach unten. Mitten im Herzen der belebten Leipziger Südvorstadt befand sich ab 1960 die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR. Ein Ort des Schreckens mit einem Henker, der lautlos von hinten kam. Ich habe jedenfalls keinen erlebt, der vielleicht geschrien hat, hätte oder Widerstand geleistet hätte oder sonst dergleichen. Nicht einer. In einem Seitenflügel der Leipziger Strafvollzugseinrichtung Alfred-Kestner-Straße wurden mindestens 64 Menschen getötet. Auch früher belebt und beliebt die Leipziger Südvorstadt. Zwischen Gründerzeithäusern, Kneipen und Geschäften lebten die Menschen ihr Leben und gingen ihren Alltagsgeschäften nach. Dass sich gerade einmal zwei Straßenbahnstationen vom Leipziger Zentrum entfernt, in einem Nebentrack des damaligen Kreisgerichts Leipzig-Süd die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR befand, wusste niemand. Draußen ging das Leben weiter, oft nur eine Armeslänge vom Ort des Schreckens entfernt. Von den Hinrichtungen selber habe ich gar nichts mitbekommen. Es müsste auch geheim gewesen sein, die ganz geheim gewesen sein. Dass die Todesstrafe in Leipzig vollzogen worden ist, das hat keiner gewusst. Direkt hinter diesem kaputten Fenster lag der Aufenthaltsraum des Henkers. Er und seine zwei Gehilfen warten am späten Abend des 11. Juli 1960 auf einen Gefangenentransport. Der 29-jährige Manfred Smolka soll enthauptet werden. In diesem Raum wurde Manfred Smolka hingerichtet. Der Tod des jungen Grenzsoldaten hat bei seinen Geschwistern bis heute tiefe seelische Wunden hinterlassen. Ich kann keine Gewalt im Fernsehen sehen. Ich könnte mir nie ein Krimi angucken, wo Mord und Totschlag statt. Kann ich nicht. Das lässt uns auch bis heute nicht, nur was niemand von uns. Der Vater verschollen bringt Manfred Smolka nach dem Krieg seine Mutter und seine jüngeren Geschwister durch. Als 5-Jähriger habe ich ihn vielleicht schon von der Ausstrahlung her wie als mein Vater angesehen. Und so habe ich mich auch ihm gegenüber verhalten. Er war furchtsvoll. 1948 verpflichtet sich Manfred Smolka bei der Grenzpolizei, steigt schnell zum Kompaniechef auf. Doch am 5. Jahrestag des 17. Juni hat er Ärger mit seinen Vorgesetzten. Ich denke, das war wirklich Ursache. Diese Befehle, er sollte die Grenze absichern, sollte Befehl weitergeben, was er wohl nicht getan hat. Es hieß, dass er den Bauern erlaubt hat, an diesem Tag die Felder zu bestellen. Und es ist halt nicht erlaubt gewesen. Manfred Smolka wird degradiert und quittiert im Oktober 1958 den Dienst. Zwei Wochen später flieht er in den Westen. Die grüne Grenze ist in Thüringen vielerorts kaum mehr als ein Weidezaun. Seine Familie will Manfred Smolka später nachholen. Doch die Stasi kommt dahinter und entwickelt einen hinterhältigen Plan, den Operativvorgang Verräter. Ein ehemaliger Kollege von Manfred Smolka gibt vor, der Familie bei der Flucht zu helfen. Später will der Stasi-Spitzel nicht gewusst haben, dass er Manfred Smolka geradewegs in den Tod getrieben hat. In den Anfangsjahren der DDR befindet sich die zentrale Hinrichtungsstätte jedoch nicht in Leipzig, sondern in Dresden. 83 Menschen werden zwischen 1952 und 1956 in der Haftanstalt am Münchner Platz hingerichtet. Saboteure, sogenannte Staatsfeinde, Kriegsverbrecher. Zum Teil nach großen Schauprozessen. Das Urteil lautete Todesstrafe. Doch dann rechnet der sowjetische Generalsekretär Khrushchev mit Stalin ab und erklärt, wie grausam der Diktator mit politischen Gegnern verfahren war. Politisches Tauwetter setzt ein. Die DDR setzt die Todesstrafe für kurze Zeit aus. 1957 wird die Hinrichtungsstätte in Dresden zur antifaschistischen Mahn- und Gedenkstätte. Justizministerin Hilde Benjamin stellt jedoch klar, wir können es uns nicht leisten, auf die Todesstrafe zu verzichten. Eine neue Hinrichtungsstätte musste her. Die Wahl fällt auf die Strafvollzugseinrichtung in der Leipziger Südvorstadt. Nirgendwo findet sich ein Hinweis darauf, warum die Wahl gerade auf Leipzig fiel. Vermutlich spielten einfach nur praktische Erwägungen eine Rolle. Denn seit Mitte der 50er Jahre stand die Wohnung des Hausmeisters in der Haftanstalt leer. Abgeschottet im Erdgeschoss bot sie sich in ihrer Unscheinbarkeit geradezu an. Wer aus der Hausmeisterwohnung heraustritt, hat den Blick frei auf den Innenhof der Strafvollzugsanstalt. Früher eine Welt für sich. Mit Wirtschaftsgebäuden für Küche, Heizraum, Lager und Wäscherei. Im Gefängnis ist für rund 500 Gefangene Platz. Mörder, Raubmörder, Vergewaltiger. Aber auch minderschwere Jungs. Dass sich direkt ein Stockwerk unter ihnen, genau hier, die zentrale Hinrichtungsstätte befand, wusste keiner. Lediglich ein paar Umbauarbeiten sind nötig, damit niemand die staatlich verordneten Tötungen bemerkt. Zuerst werden die Fenster zum Innenhof zugemauert. Direkt hinter diesem Fenster findet Anfang 1960 die erste Hinrichtung statt. Ohne, dass irgendjemand in der Strafvollzugseinrichtung etwas davon mitbekommen hätte. Die Todeskandidaten kommen fast immer aus anderen Gefängnissen der DDR. Sie werden erst unmittelbar vor der Hinrichtung nach Leipzig gebracht. Dass ein Gefangener aus der Strafvollzugseinrichtung Alfred-Kästner-Straße hingerichtet wird, passiert hingegen nur ganz selten. Wenn, dann gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen, wie Ermittlungen nach der Wende ergeben haben. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass vom ehemaligen Bezirksgericht in Leipzig drei Todesurteile ausgesprochen worden sind. Die drei Verurteilten waren auch hier in der Alfred-Kästner-Straße. Aus Geheimhaltungsgründen sind sie damals bei der Vollstreckung der Todesstrafe dann in den Gefangenentransportwagen verbracht worden. Und hier quasi ums Garree gefahren, um dann hier an der Amtsstraße zur Hinrichtungsstelle zu gelangen. Immer vor dem Tor der Schleuse endet die Anfahrt. Das ist die Schleuse. Durch das Tor kamen Gefangenentransporte mit Todeskandidaten aus der gesamten DDR. Die Verurteilten konnten ganz unauffällig in die nur wenige Schritte entfernte Hausmeisterwohnung gebracht werden. Sicherlich niemand würde in dieser gewöhnlichen Wohnung die zentrale Hinrichtungsstätte der DDR vermuten. Diskretion und Unauffälligkeit haben bei der Auswahl Regie geführt. Hier musste der Todeskandidat auf die Hinrichtung warten. Damals noch ohne Waschbecken und Toilette, nur ausgestattet mit einem Tisch, einem Stuhl und einer Pritsche. Daneben geht ein Raum zur Straße ab. Bis 1955 das Wohnzimmer des Hausmeisters. Später Büro des Henkers. Es gab ja diese geheime Vorschrift über die Vollstreckung von Todesurteilen. Und da war geregelt, dass zunächst ein Beauftragter Staatsanwalt vom ehemaligen Generalstaatsanwalt der DDR als Vollstreckungsleiter daran teilgenommen hat. Dann der Leiter dieses Leipziger Gefängnisses. Ein Arzt, das war der Leiter des ehemaligen Haftkrankenhauses Leipzig-Moisdorf. Und drei Bedienstete der Anstalt. Und wenn es sich um Verurteilte handelte, die von MFS waren, dann wurde auch ein MFS-Vertreter aus Berlin hinzugezogen. Der erste Henker ist vermutlich derselbe, der schon in Dresden die Hinrichtungen durchgeführt hat. Walter Böttcher lebt in Berlin und pendelt für 100 Mark pro Hinrichtung zu den Exekutionen. In Leipzig finden sie meistens donnerstags oder freitags statt. Hier im ehemaligen Wohnzimmer des Hausmeisters wurden die Hinrichtungen akribisch vorbereitet. Hier müssen die Schreibtische gestanden haben. Dazu das Telefon und eine Schreibmaschine für all die Formulare und Protokolle. Haupteinsatzzeit war zwischen 4 und 7 Uhr. Denn die Hinrichtungen mit dem Fallbeil fanden immer im Morgengrauen statt. Und während im Büro schon die Formulare für die Hinrichtung vorbereitet werden, rollt durch das nächtliche Leipzig der Gefangenentransport mit Mann Fritz Molka. Vorgeworfen wurde ihm Spionage und Zusammenarbeit mit dem Amerikaner. Rückblick. Nach seiner Flucht in den Westen will Mann Fritz Molka auch seine Familie von Thüringen nach Bayern holen. Doch die Flucht wird verraten. An der Grenze schnappt die Falle zu. Die Stasi hat Verhaftungskommandos in den Büschen postiert. Mann Fritz Molka wird angeschossen und, wie er vor Gericht betont, auf westdeutschem Gebiet verhaftet. Im Mai 1960 wird Mann Fritz Molka der Prozess gemacht. Vor Dutzenden von Offizieren soll an dem jungen Mann ein Exempel statuiert werden. Stasi-Minister Mielke persönlich gibt die Richtung vor. Das Verfahren ist geeignet, aus erzieherischen Gründen gegen Smolka die Todesstrafe zu verhängen. Einverstanden. Mielke. Dieses Urteil fällt in die Hochzeiten des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Und in Zeiten, in denen es eine sehr starke und wachsende Fluchtbewegung in die Bundesrepublik gab. Nun war es gerade die Aufgabe der Grenzsoldaten, die Republikflucht möglichst zu verhindern. Und umso prekärer war es für die SED, wenn selbst Soldaten der Grenzkompanien der DDR in die Bundesrepublik fliehen. Und sei es auch, nachdem sie die Truppe bereits verlassen hatten, wie Mann Fritz Molka. Immer wieder beteuert Mann Fritz Molka seine Unschuld, wie Tonbandprotokolle vom Gerichtsprozess bezeugen. Ich habe diese Dinge, in ihrem Umfang, wie sie hier aufgeführt worden sind, nicht verraten. Das ist die volle Wahrheit. Wenn ich diesen Dingen nach angeklagt werde, wenn man versucht, mir diese Dinge anhand einiger Zeugen zu beweisen, dann sage ich, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Aber ich bitte auch im Interesse meines Krieges und im Interesse meiner Frau, von diesen harten Urteilen abzusehen. Doch Manfred Smolka bittet vergeblich um sein Leben. Am 5. Mai 1960 wird er vom Bezirksgericht Erfurt zum Tode verurteilt. Eine westdeutsche Zeitung veröffentlicht damals sogar den Fall. Manfred Smolkas Schwester, die da schon in Bayern lebt, hatte der Zeitung einen Brief ihrer verzweifelten Mutter ausgehändigt. Ach, meine lieben Kinder, ich sehe langsam dahin. Ich bin schon die zweite Woche auf Krankenschicht. Ich bin so elend wie noch nie in meinem Leben. Ach, hat uns denn der liebe Gott wirklich verlassen? Was der arme Junge in den zehn Monaten Haft durchgemacht hat, weiß nur Gott allein. Ich denke manchen Tag, um mein Verstand zu kommen. Ich werde noch an dem Leid zugrunde gehen. Ich bin verzweifelt und ständig in Angst. Doch niemand hilft. Auch nicht in Westdeutschland. Die letzten Stunden seines Lebens verbringt der Todeskandidat in der Wartezelle. Wie ein Originalfoto zeigt, trennt damals nur ein Gitter die fensterlose Zelle vom Flur. Das Licht bleibt an, damit sich der Gefangene vor der Hinrichtung nicht noch heimlich etwas antut. Nach der Dienstanweisung von 1954 hat der Gefangene einen letzten Wunsch frei, sofern der Wert der Waren 10 Mark nicht übersteigt. Das kann sein, eine besondere Speise, ein besonderes Getränk, zum Beispiel Schwarzbier, Bohnenkaffee, Tee, Rauchwaren. Manfritz Molka entscheidet sich für einen Abschiedsbrief. Meine Lieben, wenn es euch möglich ist, möchte ich eine Erdbestattung und meine letzte Ruhestätte in Westdeutschland haben. Denn ich hatte mich ja mit meinem Leben für Westdeutschland entschieden. Doch der Brief wird der Familie nie ausgehändigt. Erst nach der Wende taucht er bei der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen auf. Dieser Brief ist für mich wie ein Testament. Ich mir sage, dass wir alle hätten benachrichtigt werden müssen, dass so ein Brief überhaupt existiert. Das ist mir unbegreiflich und es macht mich eigentlich wütend, kann ich nur sagen, richtig wütend macht mich das. Neben dem Warteraum des Todeskandidaten befindet sich noch eine leere Kammer. Dort steht bereits ein Kiefern-Sarg. Die Tür zur entsprechenden Kammer blieb natürlich verschlossen, damit der Todeskandidat den Sarg nicht sah, in Panik geriet und die Hinrichtung unnötig erschwerte. Keine fünf Schritte weit entfernt der eigentliche Hinrichtungsraum. Nur einen Raum weiter fanden die Hinrichtungen statt. Im ehemaligen Kinderzimmer der Hausmeisterwohnung. Das Kreuz hat der Gefängnispfarrer an die Wand gehängt. Nach der Wende. Ursprünglich liegt im hinteren Teil des Raumes noch das Badezimmer der Hausmeisterfamilien. Als die Zwischenwand abgerissen wird, hat man Wasseranschluss und Abfluss jedoch beibehalten, um nach der Hinrichtung einfacher sauber machen zu können. Noch immer sieht man die Abdrücke der Guillotine. In der DDR heißt sie Falschwertmaschine. Diese ist 2,32 Meter hoch, 500 Kilogramm schwer. Allein in Leipzig werden 34 Menschen mit solch einer Guillotine getötet. 15 Minuten vor der Hinrichtung, genau wie in der Dienstanweisung von 1954 vorgeschrieben, bindet der Henker dem Todeskandidaten die Arme an den Körper. Dann führt er ihn in den Hinrichtungsraum. Die eigentliche Hinrichtung läuft nach einem festen Ritual ab. Ein ehemaliger Volkspolizist, der bei den Exekutionen in Dresden dabei war, erinnert sich. In dem Hinrichtungsraum, da war dann der Oberstaatsanwalt, der nochmal das Todesurteil dann aussprechen musste. Der sagte dann zum Beispiel, der Kandidat, Sie sind zum Tode verurteilt, das Urteil wird jetzt vollstreckt. Und dann sagt er, galten scharfe Worten, Scharfrichter, walten Sie Ihres Amtes. Dann haben die beiden, der Rinkersknechte, haben die Kürtel. Am 12. Juli 1960, um 3.50 Uhr, wird das Urteil vollstreckt. Die Hinrichtung von Manfred Smolka nimmt lediglich zwei Sekunden in Anspruch, heißt es im Vollstreckungsprotokoll. Noch schlafen die Menschen in der Leipziger Südvorstadt, als ein Barkas 1000 Richtung Krematorium Südfriedhof fährt. Dort findet sich in einem alten Krematoriumsbuch der Eintrag. Viktor Smolka, am 12. Juli 1960, um 7.05 Uhr morgens, verbrannt. Sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Vollstreckung der Todesstrafe waren streng geheim. Auch der Leichnam wurde auf den Südfriedhof überführt, ohne Namen. Das heißt also, der Verbrennungsprozess wurde unter Aufsicht von zwei Vollzugsbediensteten dort durchgeführt, sodass auch kein Krematoriumsmitarbeiter dort Einsicht nehmen konnte in den Sarg. Es wurden auch sämtliche Unterlagen verändert, insbesondere der Totenschein. Und auch die Sterbeurkunde wiesen dann einen anderen Sterbeort aus als Leipzig zum Beispiel. Und es wurden auch Abschiedsbriefe nicht herausgegeben. Im Sterberegister von Manfred Smolka steht als Todesursache übrigens Herzinfarkt. Durch die Fälschung des Totenscheins wollte man auch die Spuren des barbarischen Justizmordes an Manfred Smolka verwischen. Doch 1993 wurde er als unschuldig rehabilitiert. Manfred Smolkas Mutter hat sich jedoch nie vom Tod ihres Sohnes erholt. Richtige Freude konnte sie nicht mehr empfinden. Es gab bei uns eigentlich keine richtigen Feiertage an Geburtstagen. Von ihm wurde geweint, Weihnachten. Zwar für sie, wie gesagt, sie konnte es einfach nicht vergessen und hat ihr Leid eigentlich mit ins Grab genommen. Anfang der 60er Jahre reicht schon Brandstiftung für ein Todesurteil aus. Bauer Bredel zum Beispiel muss sterben, weil er Scheunen angesteckt hat. Aber auch NS-Kriegsverbrecher wie der Auschwitzer Lagerarzt Dr. Horst Fischer werden vor großem Publikum zum Tode verurteilt. Es war doch ein ganz geplantes System. Es sollten die Deportierten, die noch arbeiten konnten, von der Industrie bis zu ihrer Erschöpfung ausgebeutet werden und dann ebenfalls vernichtet zu werden. Meist werden die Prozesse dann angesetzt, wenn auch in der Bundesrepublik ein Kriegsverbrecherprozess läuft. Geht es um Personen, die wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen verurteilt wurden, so ging es der DDR vor allen Dingen darum, gegenüber der Bundesrepublik den Nachweis zu erbringen, dass man in der DDR mit aller Konsequenz und aller Härte NS-Täter verurteilt, während die Bundesrepublik sie entweder laufen lässt oder zu unvergleichbar milderen Strafen verurteilt. Mit den Zeiten ändern sich auch die Hinrichtungsmethoden. Wie Protokolle belegen, gehen Hinrichtungen mit dem Fallbeil häufig schief. Deshalb regelt ab 1968 eine neue Dienstanweisung die Methode. Ab jetzt erfolgt der Tod durch Erschießen. Es war an diesen Räumlichen so organisiert, dass der Verurteilte, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass das Todesurteil jetzt vollstreckt wird, in diesen Hinrichtungsraum geführt wurde. Hinter ihm stand der Todesschütze. Er hat zu diesem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, dass durch einen Nahschuss mit einer Pistole P38 ihm ins Genick geschossen wird und damit also die Vollstreckung zu einem Zeitpunkt erfolgte, wo er noch nicht selber darauf vorbereitet war. Mit der neuen Vollstreckungsart muss auch ein neuer Henker her. Ein guter Schütze mit starken Nerven. Die Wahl fällt auf Hauptmann Hermann Lorenz, Abteilungsleiter in der Leipziger Strafvollzugseinrichtung und inoffizieller Mitarbeiter der Stasi. 200 Mark bekommt er für jede Hinrichtung. Es handelt sich um eine Aufgabe, die ich erhalten habe. Danach habe ich mich gerichtet und für Gefühle wurde eigentlich nicht viel Platz. Nachweislich 29 Menschen erschießt Hermann Lorenz während seiner Dienstzeit. 1972 auch den sexuell verwirrten Erwin Hagedorn. Er hatte drei kleine Jungen getötet, war aber bei einem Teil seiner Taten selbst noch minderjährig. Aufgrund dessen, dass sich der Junge weigerte, um einer Aufforderung nachzukommen, stach ich zu. Der Angeklagte wird wegen mehrfachen vollendeten und vorbereiteten Mordes, teilweise in Tateinheiten mit mehrfacher vollendeter und versuchter Nötigung zu sexuellen Handlungen und mehrfachen vollendeten und versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern zum Tode verurteilt. 1981 wird zum letzten Mal in Deutschland ein Mensch hingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt war die Todesstrafe längst zum Staatsgeheimnis geworden. Seit 1972 allerdings wurde konsequent jedes Todesurteil und jede Hinrichtung verschwiegen. Der Hintergrund dafür ist, dass die DDR Vollmitglied der Vereinten Nationen werden wollte. Die Vereinten Nationen hatten zur Ächtung der Todesstrafe aufgerufen. Am 26. Juni 1981, um 10.10 Uhr, wird der abtrünnige Stasi-Offizier Dr. Werner Teske in Leipzig erschossen. Dass es die Todesstrafe überhaupt gibt, erfahren die verblüfften DDR-Bürger ganz nebenbei aus dem Fernsehen, bei ihrer Abschaffung im Juli 1987. Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik hat heute eine allgemeine Amnestie, die Abschaffung der Todesstrafe und Änderungen bzw. Ergänzungen des Gerichtsverfassungsgesetzes beschlossen. So endet auch dieses düstere Kapitel der DDR-Geschichte mit einem ihrer bestgehüteten Geheimnisse, der zentralen Hinrichtungsstätte. Nach der letzten Hinrichtung steht die Wohnung 15 Jahre lang leer, soll dann zum Küchenlager umgebaut werden. Erst das Leipziger Museum Runde Ecke erwirkt einen Denkmalstatus für den historischen Ort. Eine Tafel am Eingang erinnert an die 64 Menschen, die hier von 1960 bis 1981 hingerichtet worden sind. Nur zweimal im Jahr ist die Städte für Besucher geöffnet. Doch das soll sich ändern. Im alten Gefangenentrakt will das Museum eine justizgeschichtliche Dauerausstellung zur Todesstrafe in der DDR einrichten. Unabhängig von der Frage nach der Schuld des Einzelnen. Der Hinrichtungsort selbst soll authentisch erhalten bleiben. Die Todesstrafe war wie keine andere Strafart in der DDR der direkten Einflussnahme der SED-Spitze ausgesetzt. Es gab also im Prinzip in keinem einzigen Einzelfall einen rechtsstaatlichen Prozess und auf diesem Hintergrund sind die konkreten Straftaten eher zweitrangig. Es geht hier vor allen Dingen darum darzustellen, wie mit der Todesstrafe speziell Unrecht sozusagen durchgesetzt wurde, eine Diktatur am Laufen gehalten wurde. Der Bund unterstützt das Projekt und hat finanzielle Hilfe zugesagt. Auch der Freistaat Sachsen muss seinen Teil dazu geben. Doch bisher bleibt es bei Lippenbekenntnissen. Die Städte verfällt. Das museumrunde Ecke wartet bisher vergeblich auf die versprochene Förderung. Die sächsische Staatsregierung hat vor über zehn Jahren beschlossen, diesen Ort als justizgeschichtlichen Erinnerungsort zu entwickeln. Wir haben im Auftrag ein entsprechendes Konzept entwickelt, was vom Bund für gut befunden worden ist, sodass die hälftige Finanzierung zugesagt ist. Nur der Freistaat gibt sein Geld bis heute nicht und da fühlen wir uns schon etwas sehr im Stich gelassen. Denn diese Finanzierung ist zwingend notwendig, damit hier dieser Ort endlich auch vom weiteren Verfall bewahrt werden kann. Niemand weiß, wo Manfred Smolkas sterbliche Überreste bestattet worden sind. Der Erinnerung nun bald einen würdigen Ort geben. Darauf hoffen jetzt vor allem seine Geschwister. Untertitelung des ZDF für funk, 2017